ja mit dir ja okay frage ich habe eidechse gesagt gilt jetzt aber auch echse ist echte nicht ein überbegriff ist ja egal es zählen ja theoretisch auch hunderassen oder dann ja dann extra bist du schon wieder hin verschwunden ich stehe hier vor dir aber hier geht es noch weiter weiß ich hoch und eine neue hülle oder ja können wir auch machen die erste folge vorbei hier hinter uns gezogen wenn die stunde vorbei ist ja ich hab auch ein timer ich hab auch ein timer nur ich hab mein handy auch am ladekabel und deswegen was ist nacht man ja lass wieder in die hülle und pennen ja war hinter dir ist ein creeper vorsicht wenn du ihn schon anhält ist muss sie noch töten kannst du das arme geschäft nicht leben lassen mit e oh ich bin giftet so ein komischer eins wenn der kifferflamme hier werden noch erklärt dass das kein tier ist auch hier 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 siehst du meinen namen ne gerade nicht hat ich mach licht vielleicht siehst du das bist du den jügel hoch ne 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 warte ich buddel mich mal eben hoch verrieg ich nicht oh fuck hier gibst du nicht ich bin noch an diesem fluss ach jetzt ach da jetzt kommt auch zu deinem namen langsam auf ich hatte hier hinten noch mit dem zauberer zu tun ach so ich habe eine dicke hülle gefunden sie scheint auf jeden fall sehr dick wie mein dick hahaha komm mal hier runter flo bist du gerade bei deinem bett zufällig ich kann hinlaufen ja ok cool hast du jetzt du wolltest mir eigentlich wolle mitbringen dass mir das bauen kann ja aber ich habe dem bett hingeworfen ach ja hab ich auch komm hier lass hier rein einfach yodo ich freue mich habe mir eine fünf minuten terriene vor der aufnahme gemacht bin noch nicht zum essen gekommen die ist bestimmt wieder fünf minuten kalt nein die ist immer noch warm ui krass und bin beim bett und es ist schwierig Was denn? Achso. Das eh. Das war schon brutal. Aber ich glaube, eins würde ich noch hinkriegen. Böses Club. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, würden mir noch mehr einfallen. Wir können ja mal ganz sneaky in die Runde fragen. Flo, kennst du noch eins? Also du darfst es jetzt nicht sagen. Was für ein Buchstaben? Mit E. Also jetzt nicht aussprechen, einfach nur so theoretisch. Ja, warte, ich überlese. Ja, kenn ich. Okay. Hey David, mir gerade angezeigt. Warte, ich schreibe es bei mir mal in den Z. Aber ich schreibe es halt, tu es nicht absticken. Wir können ja Flo als Joker nehmen. Dass jeder dann noch einen Joker hat. Achso. Oh, das hätte ich vielleicht vorher erwähnen können. Man hat, äh, man darf einmal schieben. Weißt du? Ah, also einmal aussetzen quasi. Genau. Aber das Lustige ist, wenn er schiebt, kann ich auch schieben. Und wenn er dann immer noch keins weiß, hab ich halt gewonnen. So. Ist halt ein bisschen tricky. So. Muss man ein bisschen drauf achten, aber... Ne. Aber wenn man eins weiß, sollte man das sagen. Dann... Da muss man selber mit sich im Reinen sein. Darauf geschissen. Geht das überhaupt? Hast du das gehört? Ja. Das hört sich an, als ob du ein Glas verschoben hast, aber... Das ist bestimmt gefurzt. Ja. Da kam, glaube ich, ein Stückchen mit raus oder so. Das ist ein bisschen so... Ich esse hier gerade. In der Facecam. Schämlich. Hier geht's irgendwie weiter. Hier waren wir aber schon mal. Hier gibt's aber jede Menge Kohle. Entweder habt ihr alles liegen gelassen, oder... Ihr wart hier noch nicht. Doch, ich war in dieser Höhle schon drin, deswegen war auch dieser eigene Turm da. Ähm... Hab hier einfach nur das Eisenschein rausgeholt, weil ich irgendwie mit vier Stacks Kohle rumgerannt bin. Und hab die Kohle liegen lassen. So, aber du hast noch eh, ne? Also nicht... Ja, ich weiß. Ich weiß. Also, anders gesagt, man kann mich einmal als Joker hernehmen, oder was? Ja, ich weiß nicht. Entweder das, oder wir nehmen halt Schieben. Ja, dann würde ich Schieben sagen. Weil... Flo ist halt schon useless. Ich wüsste jetzt noch welche. Ja, mir fallen auch noch welche ein. Das ist halt, wenn du nicht dran bist, dann hast du an Mass. So, ich möchte ein bisschen bei Daniel bleiben. Den... Den Boy. Ja, hier sind nur gerade vier Zentner Kohle. Ja, ich weiß. Kein Plan. Wollen wir Ressourcen... Ach, wir teilen eh alles irgendwie. Ja, wir teilen eh alles. Sind da ja noch harmonisch unterwegs. So, aber du hast eh. Jetzt sag was. Ja, ich überleg doch schon die ganze Zeit, verdammte Scheiße. Kommt aber immer wieder raus. Jetzt... Geht's nicht weiter? Gott sei Dank hast du gesagt, man kann so lange überlegen wie man will. Ja. Ja. Ich hab auch gesagt, die eine Runde geht so eine Folge lang, aber... Bisschen übers Cinema ausgeschossen. Aber ist eigentlich ganz cool so zwischendurch. Man kann das ja auch variieren. Ja. Hast du zufällig Holz mitgenommen? Ähm... Warte mal, muss ich gleich mal nachgucken. Wahrscheinlich. Ja. 64... Ähm... Birkenbretter. Boah, kann ich die Hälfte haben oder so? Ich brauch Sticks, ich brauch Fackeln. Ich hab nix mehr. Jo. Musste... Ich hab grad dein... Ach, da unten. Ach, da. Aua. Sweet. Dankeschön. Du brauchst auch noch welche? Eichhörnchen noch, mein Gott ey. Das hat ja Monate gedauert. Ey, so ne Scheiße. Tolle Nussammler ey, Mann. Das ist einer der... So die Einfachen, die fallen einem sofort ein. So die ganz einfach... Oh, Feig, was mir grad auffällt. Du hättest mich doch davor wegen Ding gefragt. Wegen E, ne? Ja. Ich hab in Z, äh... Welche Kleine... Schreiben die auf E. Enten. Opfer. Ja, ähm... Eichhörnchen N, ne? Bester Joker überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Sag ich doch. Flo komplett useless. Ein Skelett? Wo ist es? Ich hab sie beide getötet, sogar an die Hände. Okay. Hey, nein. Hier hinten war einer. Alter, der Uhrensohn. Uhrensohn ist kein Tier. Und es ändert nicht auf E. Nein, N. Ähm... Nasenbär. Jetzt hätt ich sogar noch eins gewusst. Mal wirklich das mit N startet. Ja, ich hab auch eins gesagt. Nasenbär. Nasenbär, ja. Ah! Ach ne, doch nicht. Okay, cool. Rabe. Echo. Weiß ich nicht mehr Counter-Strike. Echo Fresh kenn ich aber... Echo ist auch ein Eidexer. Ne kleine. Heißt das nicht Gecko? Ich mein es... Stimmt, Gecko. Echo, Gecko, alles das Gleiche. Ich mein es gibt doch ein Echo, oder? Nein, Echo ist Counter-Strike. Ja, den gibt's doch bei LOL, aber... Google... Kann mal wer googeln? Ne, ne... Flo, du da... Daniel, du darfst nicht googeln. Flo, google du mal mit deinem Handy. Wenn du... Direkt vor die Füße runtergefallen. Aufs Maul! Moment, dann bringe ich schnell das Zeug zum Ofen, brate das und während dessen google ich. Gib einfach Echo-Tier ein. Ich glaube das gibt's... Mit G oder mit K-Creme? Mit E? Ja, aber halt... An zweiter Stelle. Weiß ich doch nicht, Mann. Hauptsache es fängt mit E an. Da hätten wir mal einen... Lustigeren... Endbuchstaben. O. O. O, was gibt's denn mit O? Ja, das sag ich dir jetzt nicht, dass nochmal ein O kommt. Ist genau mit G. Mit G fallen mir so viele ein, aber nenn mal ein Tier, was mit G endet. Girafk... Girafki? Girafki. Ich glaube das gibt's, ich glaube das ist ein ganz seltener Käfer. Ja, genau. Also ich glaube... Also beweist mir jetzt bitte jemand, dass Echo nicht gibt. Ich meine, wenn ich mal ein Tier finde, nenne ich das Echo und dann hätte ich theoretisch gewonnen. Ja, aber wir sind ja noch nicht so weit. Ja. Wenn die Folge rauskommt, wer weiß was bis dahin ist. Bis dahin vergeht noch viel Zeit. Also... Bist du weiter nach unten gegangen, oder? Ja, 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 ja. Weil ich dem Dings auf die Fresse gehauen hab. Jetzt tief in die Höhen. Oh, Mushrooms. Jede Menge sogar. Ich hab das jetzt einfach mal mit Carcreme. Okay, mit K gibt's nix. Soll ich's mal mit G? Verdammt. Dann würde es... Dann heißt es zwar Ego, aber egal. Ja, gibt's nicht, ne? Das Tier im Künstler. Das alte Ego. Das meine ich, ich sag das zählt. Nein. Wir geben dir noch eine Chance. Da du's nicht wusstest. Ja. Echt? Das Liebreit sind von euch. Aber das war mein letzter Ego. Okay, ich darf ja überlegen. Ich darf ja auch. Daniel, fällt dir noch eins mit E ein? Nee, auf keinen Fall. Musst du selber überlegen. Sonst hätt ich geschoben. Flo, fällt dir noch eins ein? Vielleicht. Du bist aber ein kleiner Hurensohn und sagst dann, schieb auch. Du bist nicht mit dir selber rein. Ich bin kein rein. Ich bin kein Fluss. Ja, ich weiß. Tschüss. Okay. Jetzt überlege aber nicht so lange. Ich habe nicht so lange gebraucht. Du hast einfach einen Part gebraucht, du kleinen Spasti. Auf keinen Fall. Ich habe die letzte Minute. Oh, gut. Oh, ich höre so. Ah. Hier ist aber noch einer. Fick deinen Helm. Ich habe vor Angst irgendwas weggeworfen. Ich habe mich so einschrocken. So, E. Oh, ich höre so andauernd zünden, verdammte Scheiße. Sorry. Zündet jemand dein Haus an? Vielleicht? Kann das sein? Okay. Ich sehe eine kleine grüne Kugel. Die werde ich mir holen. Oh ja. Geschnappt. Ey, darf man eigentlich fragen, wenn man nicht weiß, mit was das Tier wirklich beginnt? Äh, zum Beispiel B oder P. Ja, ja. Äh. Okay. Das ist ja genauso, wie wenn du nicht weißt, auf was es endet. Wenn du nicht weißt, auf was es endet, dann kannst du ja auch kein nächstes sagen. Das ist einfach fair play dann. Einfach fragen. Fragen kostet dir die Seele. Wer nicht? Haben wir eh keine mehr. Genau. Wir arbeiten ja schon. Wir haben keine Seele mehr. Ja. Wir spielen auf Minecraft. Das heißt, wir haben jetzt recht. Eine Seele. Wo ich sagen muss, das macht übel Spaß. Ich hab mir das gar nicht so spaßig vorgestellt. Ja, oder? Ja, aber ich muss sagen, mit dem Schwierigkeitsgrad ist das schon, äh, ziemlich herausfordernd. Da musst du schon aufpassen. Ja. Vor allem mit dem Fressen, Alter. Das Fressen geht so schnell runter. Ich muss sagen, man kann aber auch eigentlich ganz gut gegenhalten. Das Feld, was wir mal gebaut haben. Das passt. Ja. Obwohl das nie so viel heilt. Warum denk ich denn, dass Emil ein Tier ist? Das macht doch gar keinen Sinn, Emil. Google mal. Ist Emil ein Tier? Oh, hier Eisen an der Decke. So. Enderman ist kein Tier, oder? Haha. Spitzer Geist kaputt. Es gibt noch Millionen andere. Na, perfekt. So. Oh. Du hast außerdem meinen Diorit, äh, aufgenommen. Sorry, du Model. Ja. Nein, das wollte ich ja nicht, äh, ich wollte es loswerden, weil, wie ein Platz und so. Ja, lass mal irgendwo anders hingehen. Hier ist irgendwie nichts mehr. Ich sehe zumindest nichts mehr. Wo bist du? Bist du? Ne, ich bin den Gang. Ne, 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 ne. Oben war nichts mehr. Da war ich. Runter. Und dann, äh, stehe ich hier. Ach so, okay. Cool. Immerhin 45 Eisen gefunden, bis jetzt. Okay, ich hab jetzt schon wieder zwei Stacks. Aber wir teilen das nachher in der Base. Bzw. ihr könnt das ja einfach nehmen. So. Hier war vorhin noch ein, hier, ein dunkler Gang. Wusste ich's doch. Oh, ein dunkler. Oh, warte, hier geht's runter. Oh, hier ist ne Schlucht. So, eh. Hinter dir ist übrigens ein Skelett, Alter. Und das sicht ich gar nicht. Ja, ja, ich weiß. Du hast schon fünf Pfeile im Rücken stecken. Ja, ja, ich weiß. Ganz ruhig. Alles cool. Halt so. Eh, das kann doch nicht so schwer sein, ein verficktes Hurensohn-Tier mit E zu nennen. Das kotzt mich grad richtig an, ne? Mhm. Inzwischen bin ich doch nicht mal mehr bei Tieren. Ich bin bei Vornamen. Mir fällt grad ein Programm ein, wo ich mir so denke, warum gefällt mir das bei Tiere eh ein, ey. Das ist so dumm. Ich war grad bei Entertainment Show. Das bestimmt ein Tier. Ähm, ja. Mir fallen halt viele ein, aber ich weiß halt nicht, ob wir die schon hatten, ne? Das ist halt übel. Bei Rick. Ja, was glaubst du, was ich grad mache? Oh, äh, über dir noch Kohle gewesen. Oh, ich, äh, wohl. Also der Kohlevorrat bei mir ist ja... Ich hab noch fast ne ganze Truhe voll Kohle mit in meiner Butze stehen, deswegen nehm ich davon nicht immer so viel mit. Einiges aber nicht übertreiblich. Ja, Kohle findet man hier sowieso immer am meisten, finde ich. Ah, okay. Eh. Motherfucking eh. Hoppala. Ja, das ist echt schwer. Warum komm ich auf die Idee, dass die Eichel ein Tier wär? Und ich meine jetzt nicht die Eichel von Baum. Ist das ein Tier? Kann man das nehmen? Ah, ist das gleiche. Ich wüsste noch ein...